Da kommt der Schuss wahrscheinlich jetzt direkt. Kopfkratzen. Ey, dieses Schießenboost ist halt so krank, ne? Aber auf Allgemeinen habe ich viel von dir gelernt, weißt du die Skills? Amba. Ey, der hat sich jetzt beim Pass verletzt. Er schlüpft nach dem Aufwand hier in der ersten Hälfte. Der liegt immer noch da. Ey, ich werde doch hier vom Spiel komplett hoch genommen. Ich will das Tor hier eigentlich gar nicht machen, ich schieße mal hier einfach. Guck mal, die Minute. Vor allem, das kam ja noch dazu, der kann gar nichts mehr. Ey, Tackling gedrückt, das war eigentlich meine Schuld. So mache ich, wenn ich... Der war nice. Was kann hier für Jubel machen? Jetzt wird alles besser, jetzt gleich mal drei du gewinnst. Ich wollte irgendwas sagen, aber er ging nicht. Scheiße. Vor der Medaille, oh mein Gott. So, jetzt habe ich Platz. Jetzt ist es superschwer. Pizarro, was mache ich denn da? Scheiße. Nein. 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 Rüber. Er reicht jetzt. Der war nicht... Scheiße, noch ein Tor. Das ist ein Gamer. Guck, guck, guck. Das ist ein Teil von der Veterin. Hä? Oh, Tempo-Boost jetzt. What a feeling. Oh, was? Was war das denn? Oh, Sako ist durch. Mal schauen, ob ich das Tor treffe. Ich mache es mal sicher. Nein. Ich dachte, ich kriege es noch. Komplett abgehoben hier. Der Lupfer zum 2 zu 0. Ähm, man sieht direkt hinter dem Passspielboost ist mal eins. Das heißt, wenn er enttäuscht ist, dann zählt das einfacher. Es geht ab. Oha! Er schreck mich doch nicht so. Oh, hä? Auf welchem Planeten aber? Ein Junge mit Schiembein weißt du wo raus. Ach, Schilmer bisschen. Gefährdienst. Ich wollte den Leuten nur... Ich sag dir, das Spiel ist realistisch. Du wolltest mal den Bein brechen, Schilmer. Ich wollte den Leuten nur zeigen, dass ich beim Unterbrechen der Boost erinnere. Ey, guck mal, jetzt Tempo-Boost. Ja, und ich habe nicht mal einen Hinverteidiger. Was ist das denn? Jetzt hast du eine Baba-Ausrede, weißt du? Ah, was ist los hier? Gott. Nein! Der war nicht dahin gedacht, Mann! Wer hat da verkackt von euch? Cordoba! Und jetzt verlässt Vizara heute den Platz. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Oh mein Gott! Was? Was ist das denn? Ehrlich zweistellig erwähnt. Es geht ja ab. Jürgen, was ist das beschiss? Das ist zu viel. Boah, das macht super. Ich glaube, die Leute werden das auch feiern. Das macht super gar, Mann. Ich feier kranke. Wow, was ist denn der Dreieckspass? Aha. Bam! In die Olga rein. Jetzt mal gucken, ob der den Arsch wachler macht. Das ist Mystery Ball. Macht er den Arsch wachler? Ah! Ah! Suarez! Zack! Uff! Zack! Uff! Boah! Tor ist leer! Nein! Tor ist leer! Tor ist leer! Ich meinte, kein Verteidiger ist da. So meinte ich. Oh! Oh shit! Hast du geschossen? Ja, das war... Sieh! Das war ein Luftfahrer, was ich mit Leber gemacht habe. Mach mal einen Trick. Mach einen Trick. Junge, du sollst tricken. Ich mach einen Trick. Nice. Heftiger Trick. Spiel. Hab ich verarscht. Mach was. Spiel in die Mitte. Ja, komm! Hä? Abseits. Warte, warte. Ich hole ihn raus. Komm raus! Hä? Was ist denn hier? Warum kommt der Depp nicht? Ja, das war komisch jetzt. Hä? Ich hab mir Depp, Freunde. Ging nicht. Shiri! Machen wir 8 Minuten Nachspielzeit oder was hat er grad vor? Wööö? Dir doch einen Angriff. Wööö? Ey. Ey. Ehrlich achte wie du deinen Angriff hast. Ich glaub die Luft in Tokio kommt da nicht so gut. Guck mal deinen. Die stehen sich gegenseitig im Weg. Oh! Not bad. Oh! Nooo! Nice! Kann ich ablegen? Ja. Wow! Der legt den aber... Oh mein Gott, oh mein Gott, boah, was ein Schuss, Kinder, was macht Paul Lenker da, schießen, nein, oh mein Gott, ja, 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 er schießt wie mein Opa einfach, ich hab so in die Ecke gezielt, boah, oh, ja, okay, chill, man, er durfte auch Doppelzählen, er hätte die Gege gegründet, Danke, danke, mit dem Tor fühle ich mich jetzt schon eigentlich wieder Gewinner, kann ich direkt übertreiben, das ist richtig auseinandergenommen, oh, das war hier, das guckt ja, und der Schuss, was, das war ein Schuss, der zum Pass wurde, und irgendwie, irgendwie, warte mal, komm, mach Klumpi, Klumpi, nicht Korni, komm, Modest, das war eine starke Absatzfalle von mir, Das ist jetzt mal ein Zeichen, ja, okay Oh mein Gott, was, hä, der Controller ist auch kaputt Aber weiter, steil, immer weiter, 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 weiter einfach Bis zum nächsten Mal.